Es ist wieder Freitag! Den Film am Screenshot-Cover noch nicht erkannt? Okay, los geht's. London. Ein Mann. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Eine Frau. Eine Chance. Ein neues Leben. Ein Kampf. Sie muss sich beweisen, ihrer Familie gegenüber, sich selbst. Hartes Training, Aufgabe oder Weiterkämpfen. Ein Bruder. Neid, Unverständnis, Wut, aber genauso auch Fürsorge. Liebe und Unterstützung. Sie muss alles riskieren. Technik, Feuer, aber vor allem, bleib du selbst. Zitat, sie hat uns ihr Herz gezeigt und ich würde am liebsten kotzen. Zitat Ende. Erschien 2019, 108 Minuten lang, FSK 12, Regie und Drehbuch der lange, schlachsige Schauspieler Stephen Merchant. Es spielen mit die talentierte Florence Pugh, jetzt bekannt aus Midsommar. Ihrem Vater spielt Funny Nick Frost, bekannt aus Shaun of the Dead. Julia Knight, bekannt aus Game of Thrones, außerdem Winsworn und Dwayne Johnson, The Rock, als er selbst. Es handelt sich um Fighting with my Family, momentan zu sehen auf Prime Video. Ein Film nach wahrer Begebenheit. Der Aufstieg eines Wrestling Girls mit kleinen Überraschungen. Lustig, traurig, schön, cool. Das war's schon wieder mit dem Quick End. Schaut bei YouTube vorbei, hört euch auch meine Podcasts an und kommentiert, abonniert, liked. Gibt's noch was? Glaubt nicht. Bye. Das war's schon mal Volante.